Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VH80 mit der Kalenderwoche Nummer 26 von meinem Filmtagebuch und ich hoffe euch geht es einem gut da draußen, ihr seid gesund und munter und habt eine letzte schöne Woche. Ich auf jeden Fall und gestern am Sonntag war ja der Messtime bei mir, ich gehe jeden Tag auf die Waage, aber gestern habe ich wieder einen Meilenstein durchbrochen in meiner Waage App kann man sagen und zwar bin jetzt bei 82,9 Kilo unten und ist einem von meinen geringsten Werten, die ich jetzt jemals erreicht habe in den letzten 4 Jahren kann man wirklich sagen und bin wirklich für mich persönlich sehr stolz drauf und jetzt wird nochmal auf 100 Kalorien reduziert, auf 2400 Kalorien und hoffe mal dann, dass Ende Juli dann auch das Eis beendet ist bzw. auch das Eis gut funktioniert hat und ich dann halt bei 80 Kilo angelangt bin, man merkt schon beim Training, das Gewicht wird langsam etwas schwerer, aber ist egal, mir geht eben darum eben nochmal das Fett, das Körperfett zu reduzieren auf so 12%, bin jetzt bei 14% und hoffe mal es klappt noch ein bisschen besser jetzt. Ja, ansonsten gab es auch wieder einige Filme zum Angucken, darunter auch habe ich drei Wochis Schaut an Videos gedreht, ja, letztes Mal war es sehr produktiv bei mir, denn diese Videos sind extrem zeitintensiv, erst mal das ganze, meine ganze Firma angucken, dann alles zusammenschneiden, damit es auch so passt, wo ich eben darauf reagiert habe im Film und eben dann die Booklets durchlesen, sich informieren über den Film, also das ist auch eine recht zeitintensive Mache, diese Videos zu machen, aber ich mache die immer ganz gerne und davon gibt es jetzt drei Stück und zwei davon kommen schon mal die Woche, einmal am Dienstag, also morgen und einmal am Samstag und das dritte kommt eben dann am 11.7. und dann noch auch, aber weil ich es ist, das erfahre ich jetzt auch in diesem Video. So, und dann gab es ja auch noch ein Gewinnspiel auf meinem Kanal, erst mal hier nochmal vielen Dank an Universal Home Entertainment, die haben mir nämlich diesen Film zur Verfügung gestellt und ich habe euch ja das wirklich extrem schicke Steve-Book zu Super Mario The Movie euch vorgestellt und da habe ich ja einen Gewinnspiel mitgemacht, denn ihr konntet nämlich da die 4K UHD MRA gewinnen, die mir von Universal Home Entertainment zur Verfügung gestellt wurden, nochmal hier vielen, vielen, vielen Dank und aber natürlich, ihr müsst auch was dafür auch tun, denn bei mir gäbe es nichts obsonst, wie immer, ihr müsst mich über Fragen beantworten und auch das will ich gleich mal machen, bevor wir jetzt eben meine Filme so durchgucken, also dass wir hier nochmal euer Gewinn, die wunderschöne Power-Up-Edition mit der 4K-Disk, wie gesagt, hier ist nur die 4K-Disk drin, keine Blu-Ray, nur 4K-Disk, mehr nicht, also jetzt hier mitgemacht hat, um den Film anzugucken, hat er aber keinen 4K-Player, da hat er dann doch Pech gehabt, dann müsst ihr euch einen 4K-Player dann dazu noch kaufen, den gibt es von mir nicht umsonst, haha. Gut, okay, aber ich muss eben diese 4 Fragen beantworten und das haben auch 11 liebe Abonnenten auch mitgemacht, sind auch schon mal sehr schön, leider gab es da ein kleines Problemchen bei Zweien, die haben das leider ein bisschen verkehrt beantwortet, denn ich habe explizit gesagt in dem Video, alle Antworten findet ihr in dem Video, denn ich habe alles rausgeschrieben vorher schon, dass ihr mir das Video angucken müsst, das Unboxing habe ich euch alles gesagt, was ihr hinschreiben müsst, aber leider gab es da ein kleines Missverständnis beim GTA Black und beim Magus 4942, denn die haben nämlich bei der letzten Frage verkehrt geantwortet, das tut mir furchtbar leid, aber ich muss euch das nicht leider disqualifizieren, das wäre jetzt unfair gegenüber den anderen A9, die jetzt eben hier richtig beantwortet haben und wir machen es erstmal so, wir gehen jetzt erstmal die ganzen Fragen mal kurz durch und dann habe ich auch hier schon die 9 glücklichen, eventuell potenziellen Gewinner, die jetzt hier gewinnen werden, 9 Stück an der Zahl und dann werden wir hier dann mal am, nein, nein, was habe ich getan, nein, wurscht, wie ist das auch jetzt, hier, und dann werden wir nochmal auf Start drücken und dann kommt dann direkt gleich hier dann der Gewinner raus. Also die erste Frage war, wann erschien das erste Super Mario Spiel? Das Spiel kam 1985 das erste Mal heraus und wie hieß die Konsole, auf der das Spiel erschien? Das war der Nintendo Family Computer oder auch Famicom, komm, war auch immer alles richtig beantwortet. Dann, in welchem Land kam das Spiel zuerst exklusiv heraus? Und das war Japan, auch das haben eigentlich alle richtig beantwortet, aber dann die letzte Frage, wie viele Exemplare wurden bisher von Super Mario verkauft? Und das haben eben der GTA Black und Markus 4942 mit 40 Millionen geantwortet. Leider ist das jetzt hier verkehrt, denn ich habe in dem Video gesagt, 387 Millionen Exemplare wurden vom Spiel, von der kompletten Spielreitung jetzt mal verkauft, also hier wurde ein kleines Missverständnis, es tut mir auch leid. Der 387 Millionen auf jeden Fall Exemplare wurden von dem Spiel verkauft, von der ganzen Spielreihe, denke ich jetzt mal, würde ich es hier so behaupten. Tut mir leid, für die, die jetzt hier falsch geantwortet haben, es tut mir echt leid. Aber ich habe nochmal expliziter gesagt, alle Antworten findet ihr in diesem Unboxing-Video von Super Mario. Gut, tut mir leid, beim nächsten Mal wünsche ich euch viel mehr Glück und jetzt ihr lieben Neuen an der Zahl, einmal Mr. Bempel, einmal Alice Reed, Agente, Mikomeister, 598, Björn Kramer, Wow4ik, Optimus Prime, Nitro, 85 und Fit Hunter. Ihr seid eben hier die, die in den Finalisten sind, die jetzt eben hier mitgewinnen werden. Und wir drücken jetzt hier mal auf Start, so schaut es aus. Und ich drehe jetzt hier mal ein bisschen am Rad, ich hoffe, man kennt es ganz gut. Und mal gucken, wer jetzt hier der glückliche Gewinner ist. Es wird spannend und es hat gewonnen der Optimus Prime. Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Optimus Prime, für deine 4K-Power-Up-Edition von Super Mario. Bitte schreib mir jetzt als E-Mail-Adresse, an meine E-Mail-Adresse mal irgendwo gemerkt, eine E-Mail-Adresse mit deinem vollständigen Namen natürlich auch und mit deiner Adresse. Und dann geht es auch dann direkt sofort zu dir nach Hause. Und dann wünsche ich dir ganz viel Glück mit dem, ganz viel Spaß, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heißer. Ganz viel Spaß mit dem Film, wohl gemerkt. Und alle anderen, die es mitgemacht haben, leider verloren, tut mir leid. Aber viel Glück beim nächsten Mal. Wird auch wieder was Neues dazu kommen. Und ja, lieber Optimus Prime, viel Spaß mit Super Mario, der Film. Gut, jetzt schon mal das alles abgeschlossen, das Gewinnspiel. Jetzt, wo noch gar noch die Filme abarbeiten, die ich mir angeguckt habe. Und da gab es gerade mal neun Stück an der Zahl. Einmal war ich im Kino. Und der erste Film am 26. Juni war mal wieder, oder war ein Woch-Hieß-Schaut-An-Video. Und da habe ich es schon mal mehrmals erwähnt. Ich werde jetzt eben jetzt versuchen, eben verschiedene Cialo-Filme auch in dem Woch-Hieß-Schaut-An-Format mit reinzubringen. Und der zweite, der ich mir angeguckt habe, war eben 4 Fliegen auf grauen Sand mit von Dario Acento. Und mal gucken, wie mir dieser Film gefallen hat. Ihr wisst ja, wie wir ihn heute noch mal erweitern. Und eben jetzt hier mit Cialos war ich jetzt hier mal weiter. Und das ist eben jetzt die Nummer 2 von den Cialos. Und ja, wie das schon abgeschrieben hat bei mir und ob er mir gefallen hat. Das erfahrt ihr morgen in dem Woch-Hieß-Schaut-An-Video zu 4 Fliegen auf grauen Sand. Ja, und dann am nächsten Tag gab es dann gleich ein weiteres Woch-Hieß-Schaut-An-Video. Denn ich wollte unbedingt gleich mal wissen, wie es eben dann nach 4 Fliegen mit auf grauen Sand weitergeht. Natürlich nicht, das ist natürlich zwei Zusammenhänge, nicht zwei Zusammenhänge in den Filmen. Und zwar Dario Acento Opera gab es dann direkt im Anschluss am 27. Juni. Und dann dachte ich, okay, ich mache gleich weiter mit einem Woch-Hieß-Schaut-An-Video. Und auch dazu kommt dann am Samstag, am 8.7. dann das Video dazu, wie ich eben Opera finde. Auch ein weiterer Cialo von Dario Acento. Und auch da mal gucken, wie mir dieser Film gefallen hat. So, dann am 27. Juni gab es dann ein Film mit meiner lieben Frau zusammen. Den, der mich eigentlich schon präsentisiert hat, aber ich auch ein bisschen Angst davor hatte, eben durch die ganzen verschiedenen, ja, Hinweise auf den Steelbook. Ja, ein toller Film mit viel Witz und Spaß dabei. Und da bin ich immer ein wenig skeptisch, wie sowas heißt für die neuen Filme, weil da bin ich immer raus, wie es ein Verschied von denen versucht, lustig zu sein. Aber, ja, Dungeons & Dragons, er und der Team, habe ich mal angeguckt mit meiner lieben Frau. Der Film geht 134 Minuten und muss echt sagen, ja, er hat mir wirklich gut gefallen. War eine, ja, schöne Abwechslung mal, ein Fantasy-Film. Und ja, es gab auch hier Witz, aber nicht so extrem dämlich, wie jetzt so bei manchen anderen Filmen. Hat auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht, war sehr unterhaltsam. Und Dungeons & Dragons bekommen jetzt von mir 8 von 10 Punkten. So, dann am nächsten Tag konnten wir endlich weitergucken mit dem Eberhofer-Krimis. Gott sei Dank, denn ich habe ja vor zwei Wochen alle Filme dann bekommen. Und jetzt ging es dann los mit dem ersten Teil, und zwar Dampfnudel Blues aus dem Jahr 2013. Und den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Also, er ist jetzt nicht so gut wie im Kaiserschwarn-Drama gewesen. Hier der erste Film von den Eberhofer-Krimis. Geht 91 Minuten und hat wirklich eine sehr interessante Geschichte. Vor allem dann der Schluss, die Aufklärung dann von diesem Film, von diesem Kriminalfall, ist wirklich sehr gut gewesen. Ja, kann man eigentlich auch als deutscher Cialdo ansehen. Ist ja auch ein Kriminalfilm. Und, ja, wirklich extrem wieder viel Wortwitz, schwarzer Humor, Situationskomik vom Feinsten. Wirklich grandios. Leider kommen hier noch der wunderbare... Na? Ach, wie heißt der denn? Ich merke ihn mir nicht. Moment, ich muss jetzt immer ganz kurz kugeln. Na? Genau, der Rudi Birkenberger kommt in dem Film eigentlich recht wenig drin vor, was ich sehr schade finde. Aber das kommt im Laufe des Films, oder im Laufe der Filme schaffe ich mir mehr hinzu. Also, er kommt eigentlich hier, wie er ist, wirklich sehr gering. Also, haupt natürlich nicht er, der Herr Eberhofer. Aber wirklich auch hier wirklich saugut und macht sehr viel Spaß. Bekommt von mir jetzt 7,5 von 10 Punkten. Es ist unterhaltsam, aber jetzt nicht so, wie jetzt eben Kaiserschwandram, den ich echt immer noch als Besten bisher gesehen habe. Dann am nächsten Tag gab es dann den Film Nightbreed oder eben auch Kabal, die Brut der Nacht. Auch davon habe ich dann auch ein Wochis. Schaut an, ein Video gedreht. Der Film geht 121 Minuten. Und ja, komplett gefilmt. Keine Sorge, der Film habe ich wirklich recht schnell laufen lassen. Dann in dem Video auf Geschwindigkeitsstufe 60er Geschwindigkeit. Und geht auch bei 21 Minuten das Video. Und ja, auch hier das komplette Buckle durchgelesen. Und das war wirklich, puh, wirklich sehr, sehr viel. Und dieses Video kommt aber erst dann am 11.7. kommt es erst raus. Einfach aus dem Grund, ich will nicht überschütten euch mit Woche. Hier schon ein Video, ich habe jetzt schon da zwei weitere geplant. Also deswegen will ich euch immer ein wenig verteilen, damit ihr alle so zwei, drei, vier Tage immer eins bekommt. Und müsst ihr auch mal so passen. Der Dike wird auf jeden Fall, wie mir dieser Film gefallen hat, auch da gibt es auch demnächst dann das Video. Am nächsten Tag oder abends, dann gab es dann den zweiten Teil von den Eberhofer Krimis. Und eben Winterknödel, Winterkartoffelknödel. Und wow, also der war schon wieder ein bisschen besser. Wirklich saunahaltsam. Also da habe ich mich wirklich weggeschmissen. Ich habe mich wirklich weggeschmissen vor Lachen. Da gibt es so wunderbar zu zwei, drei wirklich extrem Highlights von dem Film, die mich wirklich drehen haben lachen müssen. Mega gut. Auch hier die Geschichte von Auflösung wirklich saugut gemacht. Und sehr spannend auch vor allem. Also auch hier ein wunderbarer deutscher Cialo mit auch hier extrem viel Wortwitz. Schwarzen Humor. Also ich kann mich, ich hätte niemals erwartet, dass mir dieser Film wirklich so gut gefallen. Aber der war auch einfach nur phänomenal zum Wegschmeißen ohne Scheiß. Fand sogar besser als den ersten Teil. Dampfknödel-Blues und bekomme von mir acht von zehn Punkten. Jo, dann am 30. Juni hatte ich Spätfrühwechsel. Deswegen gab es dann eigentlich keinen weiteren Film abends mehr. Deswegen habe ich dann noch mein Update-Video gedreht, was ja auch recht lange geht. Weil ja auch recht viel im Juni in meine Sammlung gekommen ist. Noch fertig geschnitten und dann ab in die Kiste dann gleich. Und dann am nächsten Tag, am Samstag, am 1. Juli, hatte ich Frühdienst. War noch mal ganz kurz beim Training noch ein bisschen. Habe ein bisschen E-Gym gemacht und noch ein bisschen Humble-Bahn gespielt. War ich ganz unterhaltsam. Dann ist meine Frau aufgewacht, hat einen Nachtdienst gehabt. Und dann sage ich, mein Schatz, Emma ist ja bei meinen Großeltern. Wollen wir nicht durch den dritten Tag hier angucken von den Eberhofer-Grimis? Ja, natürlich, kann man gerne machen. Und zwar Schweinskopf al dente. Ja, ist eine kleine Humage an der Pate mit dem Schweinskopf im Bett. Natürlich beim Pate ein Pferdekopf, hier eben ein Schweinekopf. Ja, der Film war jetzt nicht ganz so gut, gebe ich zu. Ist sogar das schwächste Teil gewesen von bis jetzt, von den drei Minuten angeguckt habe. War mir die Auflösung ein bisschen zu einfach. Hätte mir ein bisschen besser gefallen. Auch hier eine verstrickte Handlung, vor allem Aufklärung der Handlung. Aber auch hier extrem geile Situationen. Mit seinem Vorgesetzten und seinem Papa vom Eberhofer. Unglaublich geil. Also das ist so mega gut. Auch dann, wo er in Italien ist, einfach, also auch hier wirklich phänomenal. Hier ist auch dann schon der Rudi Birkenberg, auch schon ein bisschen mehr in dem ganzen Film. Ich hoffe, es wird eigentlich jetzt immer zumal zumal mehr. Aber auch hier muss ich wirklich sagen, er war gut. Aber jetzt, unterhaltsam war er auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so gut wie jetzt eben der Winterknödel, Kartoffelknödel und auch Dampfudelblues. Und deswegen kommen jetzt von mir Schweinskopf Identity 7 von 10 Punkten. So, dann am 1. Juli war ich dann noch abends im Kino. Soll ich, Schatz, du gehst auf die Arbeit und ich gehe jetzt mal ins Kino. Und zwar in Indiana Jones und das Rad des Schicksals war schon kurz davor, nicht ins Kino zu gehen. Denn es war halb 8, um 20 Uhr fing der Film an. Dachte ich, okay, ich war um 20 Uhr, um 19.30 Uhr war ich los. Habe meine Tickets schon gekauft gehabt. Perfekt. Also, was will ich nochmal machen? Wollte den Autoschlüssel nehmen, habe ihn gesucht und nicht gefunden. Fuck, scheiße. Meine Frau hat den Schlüssel mitgenommen von meinem Auto. Und dann dachte ich, oh nein. Gut, in der Zeit noch ganz schnell noch das Ticket noch storniert, weil bis 19.30 Uhr kann man das Ticket noch halbe Stunde davor noch stornieren. Habe ich halt schnell gemacht. Falls ich es nicht schaffen sollte, naja, okay, komm, was mache ich jetzt. Jetzt bin ich schon alleine zu Hause und meine Emma ist bei meinen Eltern. Da dachte ich, nein, ich will jetzt ins Kino gehen. Dann bin ich um 19.40 Uhr, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin dann wie ein Irrer nach Bayreuth reingefahren und habe es echt noch geschafft. Um 19.58 Uhr war ich vor dem Kino und es war auch noch Bürgerfestbund. Okay, es ist bestimmt nicht sehr viel los. Ja, scheiße, es war das komplette Kino-Aufvoll. Na, ihr wisst, ich bin ja kein Freund von Menschen. Deswegen dachte ich, okay, gehe jetzt ins Kino. Aber wirklich noch Ticket bekommen. Gegen genau dasselbe Platz, den ich hier schon vorhin schon storniert habe. Also ins Kino gegangen und dann eben Indiana Jones und das Rad des Schicksals angeguckt. Ich hatte wirklich große Angst von diesem Film. Einfach aus dem Grund, meine Kindheit wird eventuell zerstört. Erinnungen an die Filme. Aber, ja, dazu habe ich nachts noch ein Video gedreht. Das Gute war, ich bin komplett trocken im Kino angekommen. Und als ich dann eben aus dem Kino rausgegangen bin, dachte ich, ach du Scheiße, es regnet. Aber es hat nicht mehr geregnet, als ich dann beim Fahrrad war. Und ich bin komplett trocken wieder heimgekommen. Um 23 Uhr der Film aus und um 23 Uhr 25 Uhr bin ich zu Hause. Und ich bin nicht nass geworden, habe echt extrem viel Schweineglück gehabt. Dann noch nachts noch das Video gedreht, eben zu der Review und eben dann gestern gleich hochgeladen. Und dann könnt ihr gerne mal die Review angucken zu Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Und dann werdet ihr auf jeden Fall erfahren, ob der Film wirklich so extrem schlecht ist, wie er von den ganzen Medien gemacht und von den ganzen Filmkriegen gemacht wird. Am besten einmal reingucken. Ich gehe natürlich auch auf alle Probleme auch bei dem Film ein, was der Film hat. Und am besten mal selbst einen kleinen Blick riskieren in das Video. Und wie ich immer sage, am besten immer selbst einmal einen, ja, erstmal einen Film angucken und dann selbst entscheiden, ob der Film wirklich so schlecht ist und nicht auf die ganzen Kritik gehören. Ich bin kein Kritiker von den ganzen Filmen, weil ich schaue die Filme einfach aus Lust und Spaß an. Und ich werde nicht jeden Film komplett zerpflücken, was natürlich was unlogisch ist, was unlogisch ist. Ich meine natürlich auch. Aber trotz alledem am besten mal meine Review angucken und vielleicht könnt ihr dann auch, wenn es geht, nur gehen in den Film. So, gestern habe ich dann Spähdienst gehabt. Am Samstag, am Sonntag dann meine Frau heute eine letzte Nacht gehabt. Und dann gab es abends den Film Sahara-Abenteuer in der Wüste. Ich hatte extrem Lust auf Abenteuerfilme nach Indiana Jones, gebe ich zu, mit Matthew McGonagy, Steve Zahn und Phenomen Coos. Lange nicht mehr gesehen. Und ja, der Film war unterhaltsam. Jetzt nicht ganz so überragend, wie es ein Indiana Jones Film ist, natürlich klar. Hat auf jeden Fall auch eine interessante Handlung. Leider kam an die Emma schon vorher und dann bin ich mir die ins Bett gegangen. Hat den Film jetzt noch nicht ganz schnell geguckt, aber mag ich den heute noch, im Laufe des Tages noch. Und ja, was ich gesehen habe war, wenn wir unterhaltsam, bekommen jetzt von mir 6 von 10 Punkten Sahara-Abenteuer in der Wüste. Und macht auf jeden Fall Spaß. Ja, so viel schon mal dazu. Gut, und das war es auch schon mit meinem Wochis-Kalenderwoche Nummer 26. Und was habt ihr denn die ganze Woche geguckt? Habt ihr auch Indiana Jones im Kino gesehen? Wollt ihr reingehen? Schreibt es in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wieder und liebe Optimus Prime, bitte schreibt jetzt eine E-Mail. Die E-Mail ist unten in der Videobeschreibung mit drin. Wochis82.gmx.de Deine Adresse jetzt an mich schicken und dann geht das wunderbare Super Mario-Filmchen zu dir nach Hause. Ja, das war es von mir. Bleibt euch schön gesund. Schöne Woche wünsche ich euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder beim Wochis-Show an. Wieder zu. Vier Fliegen auf Grauensamt. Und was die Woche noch so kommt, richtig? Am 16.7. kommt Avatar 2. Juhu. Und auch mein natürlich... Entschuldigung. Entschuldigung. Mein lieber Emma hat natürlich auch Geburtstag. Und vielleicht gibt es auch als Geburtesgeschenk für meine liebe Emma auch abends noch den Film Avatar 2. Mal gucken. Ja, das war es von mir. Bleibt schön gesund. Schöne Woche euch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bip. 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 Bip.